Das Spiel ist übrigens free to play und kann man sich auf Steam holen. Willkommen zu einer Runde Brawlhalla mit dem René. Hallo. Mit dem Friesle. Hi. Und mit mir. Überraschung. Ihr könnt euch das ganze Spielprinzip so ähnlich vorstellen wie Super Smash Bros. Allerdings ist das ganze etwas lustiger wie ich finde. Und schon PC. Ja genau. Wir belassen es beim Time Mode und drehen die Zeit mal auf 15 Minuten oder? Ja. Können wir eigentlich. Dann machen wir einfach nur eine Runde. Ja. Ähm. An. So. Confirm. Ready. Wollen wir in die Spitze? Ja. Rande. Ups. Ich weiß einfach mal drauf. Ob sie gewinnt? Ja. Geht schon. Wahrscheinlich ist dieses random so eine Art für ist mir egal, will einfach irgendeine. Ja. So. Das Spiel ist übrigens free to play und kann man sich auf Steam holen. Äh. Ich verlinke es mal und ihr seht hier erstmal ganz viel Action. Da oben ist eine Waffe, die hole ich mir mal. Jetzt habe ich, also jeder Champ hat zwei Waffen. Und ist auch unterschiedlich stark mit denen und kann unterschiedliche Ultis einsetzen. Ultis macht man mit Rechtsklick. Ungefähr so wie der da. Übrigens dieser Typ ist ultra nervig. Achja, ich glaube man kann sich die Controls auch irgendwie noch im Menü angucken. Ja, man kann die umstellen und man hat zwei Tastaturmethoden zur Verfügung. Ja, man kann auch nur per Tastatur spielen, glaube ich. Die ist schon fast vorgefertigt. Und René ist dieser Ritter. Mit seiner Lanze, die immer so abpackt. Ja, und ich bin diese Frau mit den Waffen. Die spiele ich eigentlich schon hauptsächlich als Hauptcharakter. Ja, also ich spiele meinen halt, weil der verdammt OP ist. Und meinen muss man spielen können, sonst verkackt man so wie ich. Also mit dem hier hatte ich irgendwie die besten Erfolgschancen. Aber das ist nicht der Charakter, den ich später als erstes nehmen werde. Ich lasse mir noch einen freischalten. Also was heißt, ich lasse mir den freischalten. Ich kaufe mir den halt mit Ingame-Währung. Wenn das so geht, wie ich denke. Ja. Ja, tut mir leid. Vielleicht füge ich auch noch hinterher einen Countdown ein mit 1-0 und so weiter. Wo ich dann aufführe, wer wieviel Kills hat. Ja, wo bin ich auch so da? Kannst du machen. Aber das sieht man ja auch zum Schluss noch mal. Du leckst grad ein bisschen oder ich lecke, ich hab keine Ahnung. Ich hab auch noch gar nicht mal. Weil der war schon. Weil der teleportiert sich ab und zu mal. Dass er etwas nerviger Arme wurde. So, okay. Komm, komm. Ähm, ja, kommt mal jemand hier runter? Danke. So führe ich das jetzt nicht. Ach komm, dieses Teleportieren manchmal ist echt asozial. äh ich führe euch jetzt mal ne tolle spezialwaffe vor das ist so ein teil das rascht einmal total durch das ist da was da wo die anderen sind seltsam still für ihre aufnahme finde ich ja meine älteren haben mich gerade gerufen ja meine auch ich lebe noch ja dann kann ich doch nicht einfach weiterlauern ah verdammt lass mich doch mal ein ulti machen ey ich hab minus 5 was soll das ich hab auch nur 2 so ok du mit deiner scheiß raketenlanze halt wo bin ich aber auch euch führe ja wir haben noch elf minuten zu spielen ich glaube da ist noch einiges drin ja dann kann sogar der rené aus dem minusbereich raus ich hab noch kein können diese lanze ist aber auch verdammt ok nimmst du eigentlich auf rené nimmst du eigentlich auf willst du das gameplay auch nehmen wenn du so verkackst ist ja eigentlich auch nur um zu zeigen wie das spiel ist und dass die leute sich das mal holen und falls ihr dann bock mit uns mal zu spielen könnt ihr das ja mal in den kommentaren schreiben vielleicht lässt sich da irgendwas organisieren vielleicht ein kleines zuschauer event oder so viele zuschauer haben wir ja nicht dass wir das irgendwie noch managen können das probleme da habe ich schon wieder einen bunter ich mach gleich den John Cena das nochmal was mach ich den John Cena scheiße heizt aber auch kaum schon die hier wieder nur für uns die ist noch bei minus 1 er steigert sich nachdem man scherz John Cena Ah, da fliegt er, schade, ich hatte mir einen besseren Effekt gewünscht. Wen soll ich auslocken? Die Waffen sind eigentlich die beste Waffe, finde ich, für diesen Charakter. Äh, deine Schusswaffen? Ja, weil die einfach manchmal mega Rückschuss geben. Sir Roland, oh, René, René rasiert. Oh Mist, jetzt habe ich hier einen Speer. Nice. Vielleicht sollten wir etwas mehr kommentieren, sonst wird das Video relativ langweilig. Ach, das ist schon Action genug. Wie viel laggt mein Stripe die ganze Zeit? Aber hier kann man auch schlecht zu kommentieren, weil es einfach so anstrengend ist. Ja, man muss sich einfach ein bisschen konzentrieren. Ja, man muss sich mega konzentrieren. Es macht auch mega viel Spaß. Ja. Ja. Alles klar, ich verstehe gerade nichts. Aber mein Internet müsste eigentlich funktionieren, ich verstehe jetzt nicht. Egal. Ich bleibe mal hier unten, ich bin mir etwas sicher. Oh, ein Kill an Friese. Hey, wo bin ich? Na da. Ja, René, Mensch. Wusste das sein? Ja. Ich versuche gerade ihn aufzuholen und er hat 14 Punkte. Da kann ich sowas nicht gebrauchen. Du immer mit deinen Kackfeuerwaffen. Jetzt habe ich auch meine Axt. Was willst du zu? Kennt ihr das noch? Na klar. Na klar. Ich glaube, ich habe da jemanden Luft befördert. Oh, das ist so mies. Oh, ich habe jemanden gekillt und beabsichtigt. Tut mir leid. Ja, du mit deiner Waffe. Bei dir sind einfach beide Waffen gut, das ist ja das Schlimme. Deswegen liebe ich mein Champion auch so sehr. Weil ich praktisch mit beiden Waffen unabhängig kämpfen kann. Die kann Butch das. Oh, nee. Das hier machen, das ist jetzt nicht passiert. Aber ich finde meine auch gut, wenn man sie halt spielen kann. Okay, ich glaube mein Internet hat irgendwelche Probleme. Ich wurde wieder teleportiert und sie hat jetzt... Also er hat jetzt wieder alle Kills. Jetzt lass mich auf meine Waffe zugreifen. Kann ich noch Waffe wechseln? Nein, kann ich nicht. René, deine Rakete fuckt ab. Nee. Doch. So, komm, 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 komm. Alter, warum machen wir alle so viel Decker? Okay, ich habe wieder den Trash-Sperr bekommen. Aber ich habe jemanden rausgehauen. Scheiße, minus 6. Ich führe gerade auch. 19 zu 11, das ist heftig. No, wieder diese Axt. Oh, Mist. Okay. Komm's, Herr Roland, los. Ohne deine Lanze kannst du gar nichts. Doch. Scheiße, will ich sagen, dass gerade so ein Schwupp killt er mich einfach. Oh, ich habe einfach 20 Punkte. So hoch war wie war ich noch nie. Aber die Runde geht ja auch noch. Noch ein paar Minuten. Die Runde geht noch 6 Minuten. Also... Ja. Ja. Was soll's. Na? Verdammt. Geh runter. Wieso werde ich TP'd, wenn ich ihn schlage? Ja. Oh mein Gott. Deine Waffe. Ich mach einfach den Triple auf Ansage. Und jetzt kann ich keine Runde mehr machen. Komm. Komm. Ich werde immer nur geschlagen. Ja. 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 Als ob. Das ist nicht schön. Jetzt hab ich nur noch 18 Punkte. Richtig so. Nein. Nicht richtig. Schlag die Sau. Zack, zack, zack. Verdammt. Na, komm. Flieg weg. Flieg weg. Einfach weg. Der Sentinel ist echt ein bisschen overpowered teilweise. Oh. Nice. Double kill. Als ob. Jetzt darf er keinen Tribble mehr machen. Nein, nein, nein. Ich bin so low. Ja. Oh. Nein, okay. Als ob. Oh, ich konnte mich noch retten. Ja. Ich war gerade ganz kurz weg. Ich musste einfach zwangsweise weg. Ja. Ja. Divers werden wir mal dafür sorgen, dass ich gewinne. Nee. Jetzt bin ich wegen dieser Scheiße abgesackt. Aber ich bin nicht letzter. Nice. Ah, ich bin da unten. Manchmal verliert man vollkommen den Überblick. Ich bin noch auf die letzten paar Sekunden ein relativ spannendes Match. 14,14 Alter Ja, jetzt habe ich meine Lieblingsmaffe wieder Nein, 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 du darfst keine Kills machen Nein, nein Vielleicht werde ich noch erster Komm, ich muss dich nur runterbekommen 18 Sekunden noch Oh, der Erster 3, 2, 1 Gewonnen Wie ich in der letzten Sekunde glaube ich noch Nee Oh, fuck Welchen Ich hoffe, es hat euch gefallen Lasst mal ein Like da Und schaut euch noch dabei Und ciao Ciao